Ja, da kann man vom Glück reden, dass die Sachen für alle noch immer da bleiben, die kümmer sind, ne? Hier bin ich nie herangekommen, ne? An diesen scheiß Schatz hier oben. Wenn ich nicht weiß, wie man da hinkommt. Ach, da auch nicht, das hast du bestimmt. Mit dem Jäger bin ich jedenfalls kleckig gescheitert. Ach so, guck mal, ne Runde. Von dem, als ich hier stand, habe ich einen da oben, das aufnehmen sehen. Aber keine Ahnung, der kam irgendwie von rechts heran. Aber wie, weiß ich nicht. Irgendwie ein Wechsel. Genau. Was ist das? Ich bin vorhin zu erinnern. Nein! Geh weg! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Mhm. Torwart oder Brutalfeldweißer besiegt? Okay, da fehlen noch welche. Bei mir. Bitte? Waren wir oben schon? Nein. Was ist das hier? Hm. 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 Oh fuck, was ist er denn? Ja. Ja. Ja, hier vorne. Hm. Da trifft sich natürlich. Ja. 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 hmm so hat auch so Wo bist du? Hier, bin ich bei dir. Müssen wir irgendwie wieder raus gehen. Runter, ne? Mhmmm. Ärgert mich mit der Kiste da, ne? Mhm. Wieso hast du noch diese Dinger da umgeholten? den Korb ich nicht den Kopf, ich sehe keinen Kopf nicht angreifen die Mütze draußen die Lüge müssen und dann Das war neu. Das war neu. oder? hier oben, ne? Ja. Ja. Für mich hast du noch diesen Korb bewolten. Oh, jawohl. Das heißt, noch ne Quest zum Abgehen. Hier ist ne Kiste. Hm, hm. Seid vorsichtig. Mh, hm. Fuck you. Danke. Ja. Nei, ja. Mh, hm. Ja, was. Mh, hm. Mh, hm. Willst du das Bonusding auch noch machen, oder? Ne, muss ich nicht. Mh, hm. Dann müssen wir jetzt... Ja. Ach ja, ja. Ja, ich weiß was davon. Hm. Was war das denn? Ja. 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 Scheiße. Wie wir die wickeln hier irgendwie so... hier oben, wisse? Hm. Hm. Ja. Ja. Ja, ja. Ich. Ja, ja. 3 bei dritten die und die Die Bumms hier habe ich irgendwo geküsst Ach ja, Surfen Surfen Jules Es fehlt echt so eine Kassette mit Beach-Out-Punker oder so, ne? Ich muss Beach Boys hören hier Ich muss dich erst etwas angehen Sie ist mir gerade zu Kirschner Ich bin hier... Ach ne, ich bin hier auch nicht mehr Hallo? Ne, kann ich nicht, irgendeinen hat geküft Achso, aber ich wäre dein Beruf Du hast, äh, Sammelberuf, oder? So, ne? Mh Ich bin hier hinten Mh Toll Cooler alles hier Mh Wow, 106 Hm? Okay, Z Dankeschön Unverteilte Talentpunkte, ne? Kann ich jetzt gar nicht so auf die Schnelle machen hier Das will ja wohl überlegt sein Guck ich danach, ne? Wieso holt das denn nicht auch aus, man? Damit alle anderen auf jeden Fall nicht reingehen sind Wahrscheinlich Wieso holt das denn nicht auch aus, man? Ich habe schon wieder Haha, und wieder Ich habe wieder quessiert, was ist das denn jetzt? Höchst euch ab, Agro Diese Drogba haben mit Mächten sie nicht beherrschen sollten Zweifellos versteht eine Verbindung zu den Ertenten und in die Tief noch die Menschen sind letztlich blummern Scheiße, irgendjemand falle ich runter wegen unschließend Ja, die hat sich angestimmt, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass ich runterfalle Aber Glück gehabt, aber man muss hier sowieso runterspringen von der Wie oft habe ich die in hier jetzt schon gesehen, weil ich es nicht mit dem hier Warte, dieser Kappstaubbinde Nicht so einfach, ne? Und wenn man die ganze Zeit Jäger gespielt hat und man weiter weg war Ich wusste gar nicht, dass ich das Scheiß-Stopp hier überhaupt ist Doch, das war auch mit dir, ne? Brüder Wir wissen ja, wie es ausgeht, ne? Oh, ich stehe mir so gut 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 Wieso mache ich so wenigstens? Wieso mache ich so wenigstens? es ist ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich kann ich die Beantwortung ich traue mich das ist eine Frage für mich rhetorisch zu tun eigentlich das wäre dann die Frage die man nicht beantworten muss eine rhetorische das ist das war scheiße jetzt bin ich überall hier das heißt ja man hätte kommen auch mal aufhalten müssen ich würde den internen mal jemanden und trommelt weiter immer noch jetzt kann keiner mehr trommeln immerhin mhm mhm naja alles EP he mhm ich denke es tot wieso ist nicht tot toll shit wenn er hier zu tot ist ja weil er schon vorne war der war schon wieder ganz woanders der war schon wieder ganz woanders kacke mhm und jetzt diese zu stellen das mal alle vorbeischleichen hier ne mhm das ist eine Pulte nicht und dann das ist ein das ist eine Pulte Prozent wo schon über die in ja 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 die fotzen ich sag euch das ww-spieler sind mit die asozialsten bänner die es gibt eigentlich nie fragt einer ob man nicht auch einen beruf hat das haben sie weißt du wenn ich das letzte mal mitbekommen habe vor acht jahren hat sie doch gefragt hat noch jemand kirchenhand oder so ne macht euch